Die Menschen aus der Triage ist im Prinzip der Erstkontakt für Sie in der zentralen Notaufnahme in unserem Krankenhaus. Das heißt, Sie kommen zu mir und werden durch eine Pflegekraft erst eingeschätzt. Erst eingeschätzt bedeutet, wir kategorieren Sie nach Farben der Dringlichkeit. Rot zum Beispiel, Sie kommen zu mir, klagen um massive Herzschmerzen. Das bedeutet, Sie werden sofort behandelt. Blaue Patienten zum Beispiel sind Menschen, die zu uns kommen und sagen, Sie haben seit vier Wochen Rückenschmerzen. Es ist auch nicht viel schlimmer geworden, aber Sie müssen jetzt halt mal zum Arzt. Wichtig zu wissen ist dabei aber, jeder dringliche Patient, der nach Ihnen kommt, kommt natürlich vor Ihnen dran.